...Unterwegs, neuer Applaus für Nico Joannidis! Ja, und der Sieg geht ganz eindeutig her, Leute, an die 111, an unseren neuen Meister, an Markus Klatz! Ja, und bester Rookie in diesem Rennen ist ins Gesamten Platz Nr. 9, oder Max Baden-Oster. Und jetzt hören wir zu Ehre des Siegers die deutsche Nationalrinde. Schönen Tag. Genau! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Noch mal einen kräftigen Applaus für unser Populio-Marcus-Platz, Dico Jolidis und Markus Voll.